schönen guten morgen so heute geht es los vom besucherbergwerk büchenberg und da wollen wir die rundwanderung machen zudem zelia bachtal sperre unter anderem und so eine recht entspannte runde werden von knapp zehn kilometer und da wollen wir mal schauen was da so zu sehen und entdecken gibt und wie gewohnt seid ihr schön mit dabei weil das jetzt hier das auto noch mal schnell gucken nicht dass ich wieder zurücklatschen muss und los geht's meine frau schon ein stück vorgelaufen mütze sitzt schief so schön dass man die kamera so sieht also auf geht's ja hier stehen gedenksteine natürlich an dem bergwerk direkt so der parkplatz fühlt sich so langsam und jetzt geht es mal los ehla ist schon unterwegs und hier sind schon die ersten loren die alten auch immer schön so geschichte zu erleben so war das ne ich schwenke mal um und weiter geht's ja nicht weit weg sind wir am bergwerk angekommen und da ist auch schon der erste stempelkasten die 37 da ist leider das stempelgummi defekt aber macht ja nichts dadurch kann man ja die nummer eintragen und denen trotzdem holen so wir wissen wissen jetzt erstmal gar nicht wo wir lang müssen aber wir schauen mal vielleicht den schönen bergbau leer fahrt da würde ich mich darüber freuen aber schauen wir mal ja überall noch stumme zeitzeugen hier dieses bohrwerk wie gesagt aber den weg haben wir noch nicht gefunden wir schauen noch mal ein bisschen rum wir sind doch den lehrpfad runter gelaufen sehr glitschig juhu wie gesagt das wasser sprudelt überall rum aber das ist ja nichts neues so und da kommt endlich mal eine ausschilderung oder ist endlich mal was ausgeschildert naja jetzt müssen wir mal gucken ob das hier unsere richtung ist das weiß ich gerade nicht hoch wo finde ich denn hin da wollte ich hin und wieder retour der lehrpfad führt in die andere richtung haben wir da unten gesehen also geht jetzt wieder zurück richtung parkplatz und dort haben wir dann eine hoffentlich schönere ausgeschilderte rundwanderung mal gucken also erstmal wieder richtung auto und dann schauen wir mal vorhin fast den eingang hier verpennt hier ist eine gruppe gerade rein gelaufen und hier geht es halt tatsächlich runter so wir haben uns jetzt einen kaffee geholt wie gesagt müssen jetzt im auto und dann geht es oben endlich mal weiter ich melde mich von oben nochmal das ist jetzt hier unser weg hoffen wir dass es ist also da hinter den bäumen da verläuft die b244 da rauschen die autos lang ausgeschildert ist hier immer noch nichts und da hier immer noch keine schilder sind haben wir jetzt google maps angeschmissen gehabt und der hat uns hier auf den weg geführt natürlich auch mal ganz schön hier zu laufen aber mal sehen wo wir daraus kommen daher da kommen uns auch welche entgegen dahinten dann sind wir doch nicht so allein und verlassen hier so die richtung sind wir gekommen an der schützhütte vorbei links geht es drei an ohne wir müssen aber hier geradeaus rüber zelierbachtalsperre und dann geht es weiter der weg bisher chillig jetzt besser als eben über der wiese rüber der war sehr matschig vielleicht haben wir uns auch da in dem bergwerk irgendwie verlaufen und nicht den ausgang gefunden oder so aber wie gesagt hier gibt es sehr nettere wanderer und einheimische die haben uns hier weiter geholfen und jetzt sind wir da auf dem richtigen drehe ich noch mal kurz um ja der weg wird jetzt immer voller hier voller die sind alle wach geworden und naja geht es jetzt zur zelierbachtalsperre und dann wird mal gefrühstückt ich nehme an der brocken ist das und da liegt tatsächlich schnee und hüllt sich natürlich in den wolken schön drin naja also da liegt noch schnee wer noch schnee möchte ab auf den brocken da steht ein altes häuschen die nächste kreuzung und die eisensteinstraße schätzen so zelierbachtalsperre circa neun kilometer so weit noch das kann ja nicht sein ist doch wieder verhext heute hier also links ja nächste kreuzung erreicht hier sieht man noch mal die rundwanderung und noch mal hier mit den stellen drauf und holz im bergbau hier ist es noch mal beschrieben und der nächste wegweiser zeigt uns natürlich hier ein lauf zellierteilsperre da gehen wir jetzt mal hin so der weg wunderbar zu laufen auch hier wieder bollerwagen kinderwagen alles kann mit selbst mit dem fahrrad ist alles wunderschön und jetzt wollen wir mal gucken müsste ja nicht mehr so weit sein schieß weiter geht's aussichtspunkt peterstein und immer den brocken im nacken und den wurmberg wurmberg aber der wind ist blöd heute arschkalt hier aussicht ist hier auch schon schön und da sieht man da hinten auch schon die talsperre drei an über peterstein und staumauer das sollte sie sein da unten auf dem kleinen hügel ist glaube ich der aussichtspunkt da gehen wir jetzt mal hin von da sind wir gerade runter gekommen und hier mit blick auf zellierbach talsperre wunderschön der ausblick der aussichtspunkt ist hier oben und da gehen wir jetzt hoch gucken was was zu essen kriegen vielleicht das nicht zu windig ist und dann gehen wir auf der staumauer lang und dann heißt es retour so das ist jetzt immer noch nicht der aussichtspunkt hier aber hier sieht man die talsperre wunderschön ja hier kann man bis ans wasser runter gehen tatsächlich so gehen wir mal wieder zurück da oben ist der stempelkasten oder rauscht es aber auch ach du je jawohl ja die lassen hier auch noch das wasser ab schon sehr bemerkenswert das sind schon ein paar liter was für einen druck auch und die andere seite nochmal schlängelt sich der stause hier so richtig schön durch der blick von der staumauer wie gesagt kann man direkt runter gucken so ich so noch mal ran stehen wir eigentlich genau drüber über dem auslass das sind schon gewaltige mengen ja und weiter geht es hier auch schon hoch den zoom mal raus machen so kann man hier einmal ums häuschen gehen und natürlich hier nochmal da oben ist der stempelkasten wie gesagt da waren wir eben wir konnten das nicht drehen festhalten weil halt zu viel besuch da war und weiter geht es das ist auch schon recht beachtlich hoch man nimmt das auch immer so wahr aber das wäre ja eigentlich alles mal tiefster Wald gewesen aber hier ist nichts mehr naja gut außer das Winter ist es logisch aber hier die ganzen Berge alle karl aber mit Bäume hätte man die schöne Felsformation jetzt hier wahrscheinlich nicht wahrgenommen ja und endlich hat es der Brocken auch mal geschafft sich zu zeigen ja und halt direkt hoch an der Talsperre so Dalle mit dem Brocken im Hintergrund der kommt jetzt immer mehr raus immer öfters auch ich hoffe man sieht es da hinten so ein bisschen danke dass du mich Brocken nennst ja wer da heute oben ist hat wenigstens eine schöne Aussicht denke ich heute also wie gesagt die Lücken da oben werden immer besser ja Fazit von unserer Wanderung heute der Start hat uns hat meine Frau eben auch schon gesagt ganz schön verhagelt irgendwie oder vernagelt das war echt mühselig hier überhaupt den Start erstmal zu finden für die Rundwanderung natürlich haben uns hier so Alteingesessene ein bisschen weitergeholfen die hier mit ihren Hunden Gassi gegangen sind aber es war halt eine Stunde Flöten ehe wir überhaupt anfingen hier überhaupt loszuwandern ja wie gesagt hatte ich ja vorhin auch schon wer Bergwerke mag oder so dem mag das da sehr gesonnen sein oder der mag sowas mögen da aber für mich war das jetzt weniger was oder für uns jetzt wichtiger war das Wandern und die Talsperre also der jetzt der letzte Teil der war viel schöner mit dem rauf runter kraxeln und so das war schon schön auch wenn die Natur wie gesagt im Harz natürlich sehr kahl ist ach ja was wollte ich sagen ja für dieses Jahr gibt es jetzt kein Video mehr das ist hier wirklich das letzte erstmal startet dann im neuen Jahr und dann hoffentlich in gewohnter Weise samstags wieder und dann gucken wir dass wir weitere Stempel kriegen und vielleicht schaffen wir ja auch den was haben wir denn jetzt hier erst den König haben wir schon keine Ahnung nee noch nicht nee den König sind wir kurz davor ich glaube wir müssten jetzt bei 44 oder 45 Stempel sein und bei 50 glaube ich ist der König ne ja irgendwie so genau also ihr merkt schon wir sind heute irgendwie wuselig und durcheinander und wir werden uns sortieren wir haben noch ein paar Tage Zeit und das heißt paar Tage morgen ist Silvester bis dahin werden wir uns sortiert haben und im neuen Jahr können wir euch genau sagen wie viele Stempel wir haben ja so um die Mitte 40 oder so sind wir jetzt glaube ich oder üben ach ist ja auch egal naja auch hier an meiner oder unserer Stelle natürlich euch einen guten Rutsch kommt gut ins neue Jahr ja Vorsätze nehmt euch nicht vor die kann man eh nicht einhalten und ähm du sollst nicht immer von dir auf andere schließen zumindest bei mir ist das so ich nehme mir immer was vor und klappt immer nicht ja bleibt gesund und munter ähm und damit verabschieden wir uns für dieses Jahr ne genau guten Rutsch ja macht's gut und wir sehen uns frisch und munter im neuen Jahr wieder bleibt gesund bis denne tschüss tschau 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 tschau